Hi Freunde, jo, ich bin's wieder mit einem Belly. Ihr wisst, bei mir wird immer gemischt. Immer gemischt, einmal Belly, zweimal ADP und so weiter. Nur Novo fehlt noch. Novo ist leider nicht so einfach zu bekommen und auch echt preisintensiv. Ja, ich mag ihn einfach. Das magische Buch. Einfach mal wieder zwischen reinballern. Natürlich auf einem schönen Betrag, auf einem Euro. Vielleicht fahren sie, schauen wir uns kurz an. Vielleicht fahren wir noch ein anderes rein, ein ADP. Jetzt geben wir Gas. Ja, und dabei ist natürlich auch wieder mein Kumpel. Hallo, grüß dich Mönch. Der Mönch. Und Prost. Das ist ein bayerisches Bier. An alle, die zuschauen aus anderen Bundesländern. Ja, das schmeckt gut. Ah, herrlich Leute. Zocken, saufen, rauchen. Das andere sage ich jetzt nicht. Grüße gehen raus an alle Abonnenten natürlich. An alle Kollegen. Den Manni, den Poppi, Merkurstar, Haienspieler und so weiter. An alle die nette Kommentare schreiben. Und natürlich den Sascha Kalski. Der Sascha. Ein alter Zocker und treuer Freund. Uh, es schreit nach Buck. Nein. Ja Leute, was machen wir? Haben wir eine ADP rein? Also beruhig dich mal, ne? Acht Euro. Dann klingelt er. Was haben wir denn da? Was haben wir denn für eine ADP da hinten? Was wollen wir denn anschauen? Was einfach so nebenbei mitlaufen kann? Ich weiß ja auch nicht, Leute. Ich muss dich jetzt rüberrennen. Ein nervöser, ein nervöses Gerät. Was lassen wir nebenbei laufen, Leute? In den Fünfer will ich das Geld noch sparen. Für ein schönes Video. Hier habe ich genug Kohle drauf. Ach komm, dann machen wir einfach was, was wir sonst nie spielen. Schwester. Ja, 80 Euro, Leute. Ich schreibe, wenn das geht. Und wir das magische Buch anschauen. Nehmen beide Schlückchen. Schlückchen nehmen. Jetzt haben wir es verdient. Jetzt haben wir es verdient, Leute. Für ein Euro. Und schnell ist es gegangen, Leute. Was nehmen wir für ein Symbol? Schweren. Schweren. Ach Gottes Willen. Und der kommt doch niemals, Freunde. Einmal 12 Euro, rutscht drüben. Wenn der dreimal kommt, da fress ich einen Besen, Leute. Der Magic-Sahit. Schade, Mensch. Zwei Mann hat er noch oft rein in den Magic-Sahit, Leute. Drei Mal wäre schon ein Hunderter, Leute. Drei Mal wäre schon ein Hunderter. Jetzt kannst du dich fast nicht beschweren. Beim Magic-Sahit. 5,62 Euro. Wenn du einen Dreier reinhaut, hast du einen Hunderter. Macht nichts. Machen wir weiter. Wir riskieren, Leute. Nee. Hab ich nicht drauf, wisst ihr. Kleiner Scherz. Ich bin einfach der alte Geldsammler. Zeig euch lieber Videos. Mit einem Magic-Sahit. Was macht denn der da drüben? Das Deadstone. Zwei Spiele mit dem Magic-Sahit. Hatte ich auch noch nicht. Cashys bei 4 Sahits. Bei 5 Büchern. Ansonsten sind wir mit 1 Euro noch nirgends noch Cashys. Das Video ist jetzt schon wieder geil. Freispiele mit dem Sahit. Ein Fünfer, da haut es sich halt vom Sockel. Oh, da drüben haben wir ein Fünfer. Fünfmal Bube. Und da haben wir die Freispiele nochmal. Ich stopp mal drüben kurz. Dann machen wir den Genießer. Genießerabend, Leute. Genießerabend. Mit 1 Euro. Vielleicht nochmal Magic-Sahit. Die Fatima. Ja, der 3er Fatima. Da ballert es anders. Na ja, 52 Euro Freunde. Ballern wir mal. Ballern wir mal, oder? Tja, verballert. So ist es nämlich manchmal. Schade. Warte, jetzt warten wir nochmal auf die Bücher. Komm. Schade, schade. Die Magic Fatima. Tja. So kann es nochmal gehen. Ach. Ich habe manchmal schon fast ein schlechtes Gewissen. Leute. Es schaut immer aus, als würde ich meine Videos manipulieren. Ich habe ständig Freispiele. Aber es ist halt einfach so. So, jetzt nochmal. Schauen wir mal. Jetzt kein Risiko jetzt drücken, wenn nicht mehr hoch ist. Jetzt nehmen wir das Geld. Jetzt kommt bestimmt wieder Symbol. Noch mehr Magic Fatima. Schauen wir mal. Zweimal Fatima. Na ja. 3 Mal Fatima. 3 Mal Fatima. 3 Mal Fatima. 5 Spiele. Und auch schon wieder 57 drauf. Uh, da wäre 3 Mal drin gewesen der Said. Schauen wir mal. 2 Mal. Ja, schön Leute. 2 Mal. 3 Mal Fatima. 3 Mal Fatima. 3 Mal Fatima. Das war's schätze ich. Kein Problem. 70 Euro für ihr, ne? Ja, ich weiß schon. Ich drücke jetzt nicht mehr. Das nächste Mal wieder. 237 auf der Uhr. Schönes Video. So ein wunderbarer Magic Book. Haut die Bücher rein wie blöd. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Abend noch. Macht's gut. Abo, Like da lassen. Danke für die Abos. Immer wieder schauen. Bei mir gibt's jedes Mal ein anderes Spiel. Jeden Tag ein anderes Video. Und jeden Tag drei Spiele. Keine Ahnung wie ich das mache. Wahrscheinlich alles wird manipuliert bei mir. Haha. Kleiner Scherz. Das ist natürlich alles Original. Spielhalle. Jo Freunde. Vielen Dank. Ich knall hier mal ein anderes Spiel rein. Und ein anderes Video. Macht's gut. Danke fürs Gucken Freunde. Maal Scherz. ich komme ein communist.